Der Wegsrichtung Osten. Keirgur ist ein Problem. Ich hoffe bei dir ist auch alles ruhig. Den Doktoren immer dran, die dir drücken können sollten. Du weinst, dass gerade nicht nötig ist. Was ist das Problem? Dann, was ist mit der Familie? Du hast ein Problem und rufst mich an? Hast du dich nicht mit der Familie versöhnt? Naja, das habe ich, aber ich dachte, das soll wohl heißen, du willst nicht kommen. Habe ich recht? Habe ich nie behauptet. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Puh, danke. Da bin ich erleichtert. Bekomme ich etwas mehr Infos? Worum geht's denn? Also, das würde ich dir lieber... Lass mich raten. So, oder? Du kennst mich zu gut. Mhm. Bis gleich. So, jetzt doch mehr durch. Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir? Ich will ja nicht stören, aber... Perfektes Timing. Können wir denn? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Ja, dann... Lass uns gehen, wie auch immer. Schön dich zu sehen, Grobo. Schön dich zu sehen. Ich auch. Ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Ja, okay. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Und was bringt uns das? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sie nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Ja. Wenn ich irgendwie auf Hanakosamas Wagen käme, würde ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, indem ich springe. Okay. Äh... Und wir besetzen mit Implantaten. Das kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, Vieh. Nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie sie vor. Okay. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren, kurz bevor ich hineinspringe. Das Team macht doch... Viele Möglichkeiten, das durchzuziehen. Dafür brauche ich... Ich weiß, was du brauchst. Ist schon erledigt. Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Super. Wo hast du den? Wo hast du diesen Splitter her? Andere Kanalseite. Kabuki? Hm. Dann könnte der wirklich was taugen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Asse im Ärmel. Gut zu wissen. Okay, dann geh mal her. Es gibt noch was zu besprechen. Ja. Sehr ruhig weiter. Dem Wagen zu kapern ist eine Sache. Aber die Security macht mir Sorgen. Besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnt die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Warum mache ich die Drecksarbeit? Ich muss mal wieder die ganze Drecksarbeit erledigen. Wollen wir tauschen? Was willst du hier sagen, hä? Hallo? Ich bin wie? Ich mag Sushi. Hana Kosama kennt mich. Nur ich kann das tun. Ich mag Sushi, finde ich gut. Und nun? Was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Spriter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Ok. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen Session? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Achso. Ich passe auf dich auf. Na los. Ich rede in Sicherheitsraum, Mann. Wie stolz soll es das? Geweil zum Öffnen. Ach, trotzdem nicht. Lops. Ich glaube, später wieder, ne? Der übisch Zeke mal an deinem Weg, oder was? Ist damit drin? Und Roma. Die brauche ich. Was darf ich installieren? Ha! Es hat funktioniert! Immer wieder da. Und? Ich bin ein Dieb, oder? Ich bin ein Dieb, oder? Sagst du doch immer. Nicht ohne Grund. Der Splitter funktioniert. Gut. Das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Ja. Setz dich. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Okay. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Yaktori. Irgendwas, das nicht von hier ist. Bitte. Wir sehen uns morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Okay. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Das sehen wir dann. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Schön, dass du es ähnlich siehst. Man weiß nie, was ein Hund denkt. Vielleicht dasselbe wie du. Was ist das? Yaktori. Okay. Ich habe alles durchgebrannt. Erstens. Wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hannah Osamas Festwagen. Zweitens. Mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützer auf der Parade. Drittens. Ich springe in den Wagen. Viertens. Ich sage Hannah Osama die Wahrheit. Und dann macht er ein Skelett. Erst mal was essen. Ich will es auch mal probieren. Ich will es auch mal probieren. Schon schlimmer ist durchgezogen also. Klingt nach Selbstmord. Aber ich habe schon Schlimmeres durch. Was gibt es Schlimmeres als Arasaka zu beklauen? Nein, das nicht. Damit habe ich die Latte aber auch echt hochgelegt. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Ja, es ist schon. Es sonst nicht helfen. Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komme mit. Hm. Stimmt. Und du mit deinen Fähigkeiten. Mit deinem debischen Geschick. Gut. Wir machen das gemeinsam. Och. Lauter. Lauter. Ja, Rinope. Höchstpersönlich. Hat das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die. Haben sich ihm ergeben. Sagen Sie mir. Was war dann die Erboden meines Partners? War das nicht eine? Arasaka. Ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von Erinnern angezündet hat. Alles bekam mit ihm. Die Fraktionen. Die Machtkämpfe. Das alles ist. XOR. Erst mal was essen. Jetzt las ich uns erst mal was. Wo ich dir antworte. So. Welche Fraktion? Es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka. Welche? Es gibt drei. Kiji. Hato. Und Taka. Kiji wurde in Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberale und unterstützen Michiko-sama. Saburos Enkeling. Über sie weiß ich nur wenig. Die dritten im Bunde sind Taka. Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Yorinobu war die richtige rebellische Ader. Wer hat Yorinobu diese rebellische Ader? Das weiß keiner. Vielleicht kann ich ihn das bald fragen. Persönlich. Wieso hat Saburo das zulassen? Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu. Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanarosama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Ich habe keine Mitschuld, oder? Warte, glaubst du sie trägt deine Mitschuld an Saburos Mord? Ich glaube, wir alle sind schuld. Wir haben uns austricksen lassen. Doch jetzt korrigieren wir diesen Fehler. Kommst du mit? Okay. Klar. Warum nicht? Verschwinden wir, wie? Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerdern Sie uns bald wieder. Seegemäe und Plastik. Komm. Ich habe einen guten Ort zum Beobachten gefunden. Okay. Wir müssen nur da hochklettern. Ich brauchst du so lange. Jetzt hier lang. Das Glück lächelt uns zu. Niemand scheint hier zu sein. Du bist so besser als offensiv. Du bist so besser als offensiv. Du bist so besser als offensiv. Wäre ein schöner Ausblick auf die Stadt. Wenn? Wenn er denn schön wäre. Hast du Night City so sehr? Hm. Vielleicht habe ich nur Heimweh, wie ihr sagt. Weiter. Du suchst nach Schwachstellen, während ich mir eine Ablenkung ausdenke. Marasaka darf unsere Absichten nicht erfahren. Sabotage wäre genau das Richtige für eine Ablenkung. Okay. Links solltest du die beste Aussicht haben. Ich versuche es hier. Das alte Ding wird schon noch funktionieren. Wollen wir anfangen? Ja. Könntest du noch eine Pizza holen? Könntest du uns noch eine Pizza holen? Essen zum Mitnehmen? Auf keinen Fall. Hätte ich genug Zeit und alle Zutaten, würde ich Onigiri mit Dorsch oder Lachs zubereiten. Ja, klar. Das wäre jetzt aber ein Joke, das weißt du, ne? Nein, noch besser. Mit Umeboshi Pflaumen. Mh. 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 Arasaka ist aber leibspeise. Einfach und lecker. Und weißt du, was ich mal kauen gesehen habe? Oder stolz? Was ist das? Ein Proteinriegel. Oh. Saburo, Arasaka und ein Proteinriegel? Laber nicht. Wie ein wahre Soldat. Aber genug. Das bekommen wir noch Hunger. Ich kann losgehen. Fußgängerbrücke. Allerdings bewacht. Danke, dass du mir endlich antwortest. Soll ich weiter scanne? Wie eine Güte? Drafo an der Wand. Siehst du ihn? ein gutes podest antenne das sicherheitszentrum müsste dort drin sein perfekt für sabotage siehst du beim tor sehr tödlich das wäre der letzte ausweg kommunikation viele wachen sicher gut für eine ablenkung ein betriebs tun dort an der straße wird vielleicht zu den lagerhäusern jetzt glaube ich jetzt nichts mehr zu sehen wir haben was wir wollten also gehen wir rein ich will sicher sein dass wir nichts übersehen haben wir sollten warten und beobachten wenn nichts ungewöhnliches passiert ja dann gehen wir rein klingt sinnvoll machen wir es uns bequem wie was keine plötzlichen bewegungen jetzt kannst du sich die pizza geholt und sushi das hier wird zwischen alle verstunden schönes tierchen dachte die werden inzwischen alle verschwunden sie ist das erste tier das ich in night city sehe es keine kakalake ist erst verschwanden die vögel dann die hunde die katzen haben am längsten durchgehalten vielleicht ist es eine park in echo was ist das ein katzengeist bringt unglück aber er kann auch tote ins leben zurückholen glaubst du ein geister der relic lässt sich mit den toten sprechen oder es ist keine glaubensfrage mehr meine großmutter kannte viele geschichten über die zune appa und park in echo wirst du japan eine dumme frage ich stamme aus den slums von chiba elf einmal wollte ich unbedingt ausreißen egal schlechte erinnerungen aus einem anderen leben hier fehlen die unbeschwerten kindertage wie war es in chiba elf aufzuwachsen wie war es in chiba elf aufzuwachsen ich erinnere mich an den chemie gestank von dem kanal in dem wir die wäsche gemacht haben konzernlaster kamen manchmal durch unser inslam arasaka wählte kinder aus aber eben nur die sauberen mit ihr das mensch langs mit lastern sagst du ja gepanzert und bewaffnet chiba elf hatte die höchste mordrate japans bestimmt heute noch lass mich raten und konzern soldaten aus ihnen zu machen genau als sie mich auswildern war ich überglücklich in der arme hatte ich alles was mir vorher fehlte disziplin regelmäßige mahlzeiten und als ich talent zeigte sogar eine ausbildung du bist du sagst du bist aus dem latrin jung von einst saboro arasakas bodyguard geworden bestnoten an der akademie dienst im sonderkommando und arasakas amas gespür für wahres talent soll heißen es war nicht lieber auf den ersten blick mit unvollständigem wissen die richtigen entscheidungen treffen so wird man der mächtigste mensch der welt er hat die wahl aus 100 kandidaten hat ihn jede einzelne seele geschaut und dem besten für den job ausgewählt alles was du tun musst ist war saboros feinde umbringen das klingt als verurteilst du mich dazu hast du nicht das recht im gegensatz zu dir und mr wells war ich nicht so arrogant den leichten weg zu nehmen ich verurteile dich nicht doch du schreibst dich gegen konzerne ihre ordnung scheint sich mit der ganze welt nur hast auch du keine sinnvolle alternative sie dich um hier hast du sie deine konzernwelt in all ihrer pracht du zeigst mir dreckigen straßen als wäre nichts anders möglich was ist mit dem millionen die für arasaka arbeitern und stabilität und sicherheit haben die schieber elf slum ratten die kratzen bis heute hier stopp aus dosen dank der konzerne wir können nicht allen helfen die leute hassen konzerne und ich kann es verstehen ich habe fehler gemacht aber arasaka zu beklauen war keiner manchmal wäre ich gern nomade weit weg von dieser welt alle sorge vergessen es ist nicht zu spät was zu ändern wie sagt er so schön was hinzchen nicht lernt lernt hans nimmermehr weißt du was ich glaube was denn damals im komplett haben wir beide jemand richtigen verloren wir haben unseren frieden noch nicht gemacht also suchen wir den konflikt besser hätte ich es nicht ausdrücken können es ist die pflicht der lebenden für die toten zu büßen ich bin sicher hana groß aber wird uns helfen oder sie lässt uns endgültigkeit machen die baki neko langweilte sich wohl sie wird ihren weg finden so wie wir zeit etwas zu unternehmen oder es wird schlimmer es wird schlimmer du siehst besser aus ich war da in der baustelle sie beim verwalten bis gleich es ist mir gerade eine sms geschrieben dass du hier bist während wir gemeinsam hier sind vielleicht wenn ich sage nicht jetzt dann sagt er mir wo ich hinkommen soll aber ich bin ja mit dir mitgekommen du trottel wir stehen jetzt schon seit den ganzen tag zusammen wird zur straße wird zur straße ich bleibe in verbinden ich würde gerne hier ein brechen ist das erlaubt nein ok komm ich später wieder ich bin ja ich bin ja Mach ihm kalt! Keine Gnade! Da draußen bist du nichts als ein leichtes Ziel. Sogar ich kann dich zählen. Bin da! Hab ich gehört? Du solltest doch leise zeigen. Es lief ja auch nicht wie geplant. Ich versuche sie abzulenken. Das ist nämlich wie geplant. Ja, dann sollten wir das... Hört ihr mal auf, meine Optik hier oben neu zu starten. Das nervt ja. Äh, das sollte mir das Spiel vielleicht nicht. Willst du ja hinten mal aufkönnen damit? Ist doch gut. Was hab ich gerade gesagt? Dann sollte mir das Spiel nicht gerade den Eingang zeigen. Sondern vielleicht wo man einen wirklich auch richtig einbrechen kann. Hörst du mal auf, einen Filmsturm immer nachzuladen? Digga, ich geschickt. Du hast dich vermasselt. Arasaka hat Versteckung geschickt. Ah! Zielgekommen! Oh! 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 Was zu... Es hat ja niemand war was geseh. Gib auf! Es gibt keinen kommen! Was war noch mit dem Rohr? Über das Rohr kommen wir rein oder nicht? Suche beendet. Super. Musst du einen weitersuchen. Okay. Bin drin. Gut. Versuche ins nahe Haus zu gelangen. Ich lenke sie von dir ab. Okay. Lasst die Waffe fallen und komm raus. Was willst du da hin? Na? Grüß dich. Digga! Hast du mich gerade mit dem Scheiß aufgehorn gefahren? Ja, ich wurde ja auch gerade von einem Scheiß aufgehorn gefahren. Feßt euch. Werden. Ich fühle dich. Nein, nein, nein. Könntest du jetzt bitte? Schankst du jetzt bitte die Luft? Ja, halt die Fresse. Digga, halt die... Mann, halt die Fresse bitte einfach. Entweder gibst du mir einen vernünftigen Weg und hilfst mir jetzt hier oder hältst die Fresse. Wirklich. Diese Ungeheule nervt mir einfach nicht. Hört auf damit. Vielleicht mal auf, mal aus 20 Ecken zu schießen. Weg. Weg. Mit dir Schützturm fiesst du dich. Ich schieße dich in Stücke! Versuch's doch. Ich schieße vorher. Du da hinten, hör auf damit. Sag mal. Ich schieße jetzt aufhören, hab ich gesagt. Weg. Oder so. Ich mag's nicht, wenn man mich neu startet. Das ist ja gar auf damit. Spiel ist erledigt. Ich schieße jetzt. Schlag doch endlich mal nach, Junge. Man, piss dich. angreifen von allen seiten alles klar ich bin daraufhin das durcheinander wer glitscht hier schon wieder hör auf damit das näher ich brauche keine glitschs für irgendwas keine mutter ist die gefahr also verpiss dich ist hier nicht irgendwo einer man könnte aber auch wenn alles von mir zu wollen hörst du aber auf damit guck mal das hast du davon auf hacker zu machen meine güte geht doch einfach drauf bist du ich geb dir gleich einen kurzschluss ach die einheiten am boden die 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 nicht bald mal alle los ihr ne abgehen Ich glaube, dass ich dich nicht gleich neu starte. Sollte ich mal weiter looten? Oh, ich habe Verstärkung rufen gelootet, geil. Weil... Was aufgängst du dir? Weil dann kriege ich die Komponenten, aus denen ich mir meine Munition erstellen kann. Okay, der Festwagen tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Könntest du damit nach Tokio fliegen? Ah, vielleicht tue ich das. Kurz gemacht. Jetzt bin ich dran. Siehst du das? Absolutes Chaos. Sogar das Dach öffnet. Nee, das Dach. Dort kannst du raus. In der Nähe gibt es kleine Gebäude. Es wird nie alles runter. Ich beeile dich. Eine Arasaka Evi nähert sich. Ich bin schon lange weg. Ich bin nur hart auf der Straße gelandet. Haben wir den Knochen gebrochen. Was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück. Üben uns in Geduld. Okay. Ich melde mich vor der Parade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von Erder fern. Jo. Als hätte ich nicht schon genug. Jetzt ist es noch kurz. Ju.